Wir arbeiten bei Adl-Holzner und wir produzieren Erfrischungsgetränke, Wasser, Heilwasser. Als Industriekauffrau bekommt man in jede Abteilung einen Einblick und ich finde es toll, dass man das Produkt begleiten kann. Ich verstehe unter Innovation, dass man die Anlagen bei uns immer modernisiert. Es ist ökologischer, wenn man moderner wird. Wo viel Innovation drin liegt, ist das Marketing. Irgendwo ist man dann doch bei jedem Werbespot, den man im Fernsehen sieht, stolz, hey, da arbeite ich. Man hat die Nähe zum Produkt und man sieht jeden Tag, wie sich das weiterentwickelt oder was neu wird und das ist einfach schön.